Herr Kassecker von der FPÖ ist am Wort. Vollinhaltlich vom Kollegen Scherack und Kollegen Leichtfried gesagten zum Grundsätzlichen an. Und lieber Kollege Wöger, du musst jetzt natürlich kleinreden, das Problem, aber es ist schon ein Problem. Ganz ehrlich, ich frage einmal zum Beispiel, wenn das eh alles so einfach wäre, das Energieeffizienzgesetz, haben wir gestern Vormittag verhandelt. Das heißt, Sie haben jetzt 30 Stunden oder was auch immer Zeit gehabt, genau das zu machen, was Sie jetzt fünf Minuten vor Torschluss gemacht haben, mit der Erklärung, ja, das ist ganz gleich wie das von gestern, nur die Verfassungsbestimmungen sind weg, es hat sich nichts geändert. So, das kann ich jetzt glauben oder nicht glauben, es ist auch relativ irrelevant, ob es eine Fristsätze ist oder nicht. Es geht um die grundsätzliche Vorgehensweise und Professionalität, auch fußend auf einem wechselseitigen Vertrauen und einer parlamentarischen Usance, die jetzt zum zweiten Mal nicht eingehalten wurde. Wir sind verwundert über Ihre Vorgehensweise. Das geht so einfach nicht. Das hat keine Qualität und das hat auch Kollege Leichtfried festgehalten. Und wir haben auch gesagt, das ändert nichts an unserem Stimmverhalten. Also in Wahrheit brauchen wir jetzt gar nicht bis drei Viertel oder sonst was warten, sondern wir könnten die Sitzung, Sie könnten die Sitzung, die Zuweisungssitzung gleich eröffnen und dann ersparen wir uns die Worterei. Genauso wenig, wie wir uns ersparen und das hätten wir durchaus machen können. Sie wissen, dass es ist genau das gleiche wie das letzte Mal, eine Leseübung über 68 Seiten. Das wollen wir uns aber auch ersparen, weil es relativ mühsam und sinnlos ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.